Musik 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 Italien ist auch ein Meta-Begriff. Er steht für Leichtigkeit, er steht für Lebenslust, er steht für Lebensfreude, er steht für gutes Wetter. All das ist heute auch präsent und deswegen passt Bella Italia als Konzept. Herzergreifend, wie das hier gemacht wurde, ich finde Eingang, das Entree bis hin zu den Sonnenschirmen, die Gondel, fantastisch, also wahnsinnig schön geworden. Es ist ein wunderbarer Abend, wir haben gar nicht damit gerechnet, dass es so schön ist und dass die Shows auch so gut ausgewählt wurden und wir hoffen einfach, dass der Abend weiter so schön bleibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, wir sind gerne zusammen hier und weil wir vor allem auch gerne tanzen. Der Uniball gehört zur Universitätsstadt und von daher gehört der Oberbürgermeister dann auch an so einem Abend zu seiner alten Alma Mater. Es ist meine Universität, also selbst ohne Amt wäre das wahrscheinlich ein Abend, wo ich gerne mit meiner Frau zum Tanzen kommen würde. Bis vor 20 Jahren habe ich in dem Raum hinter mir noch geschwitzt bei Prüfung, heute schwitze ich beim Tanzen, es ist großartig. Wir Stunden, also öhe Nachrichten oder viele töten Drink 57% Das ist eine große Herausforderung. Ja, ich habe das natürlich vor Lambda. Ich wöse, Miere boost habe das hellicitoshing Stan Zealand. Bis zum nächsten Mal.